Servus und Glückwunsch, Freunde der schnellen Kunststoffschmelze. Dieses Mal darf ich euch den FL Sun Super Racer präsentieren. Dank an dieser Stelle an Geekbanken, die mir das Gerät für das Review zur Verfügung gestellt haben. Wie immer gilt, solltet ihr trotz oder gerade wegen meines Reviews einen haben wollen, findet ihr in der Videobeschreibung Affiliate Links und Coupon Codes. Kostet euch nicht mehr, mit dem Coupon Codes sogar eher weniger und hilft mir dabei, den Kanal zu betreiben. So, nun aber zu dem FL Sun SR. Ja, der SR ist vom preislichen her im höheren Einstiegssegment zu finden. Aber was erhält man nun für das Geld? Vom Preis her muss sich der SR zum Beispiel dem Creality E3 S1 Pro stellen. Aber kann man die beiden Drucker vergleichen? Ja? Nein? Aber! Der Ender 3 S1 Pro ist ein kathesischer Drucker, bei dem das Druckbett eine Achse abbildet und der Rahmen die beiden anderen Achsen. Der SR allerdings arbeitet mit einem anderen Bewegungssystem. Der SR ist ein Delta-Drucker. Bedeutet, der Druckopf wird durch drei Schlitten an Säulen über ein kreisrundes Druckbett bewegt. Dadurch kann der SR deutlich schneller den Druckopf bewegen bei gleicher Qualität als ein kathesischer Drucker. Dies ist auch schon der größte Vorteil des SR. Zusammen mit der Tatsache, dass es fast schon hypnotisch ist, ihm beim Arbeiten zuzuschauen. Was bedeutet das? Einfache Antwort, er ist schnell. Für Out of the Box, in dem Preissegment sogar sehr schnell. Das Standardprofil in Cura, aktuell in Version 5.1, treibt das Volcano Hotend mit der 0,4er Düse bis zu 150 mm in der Sekunde. Was ihn ca. 2-3 mal so schnell drucken lässt wie ein Bettschubser der gleichen Preislage. Allerdings habe ich ihn auch mit dem Standardprofil und 200% Feedrate auch schon bis zu 240-250 mm die Sekunde drucken lassen. FL Sun gibt auch an, bei 200 mm in der Sekunde noch eine hohe Druckqualität liefern zu können. Kurzer Disclaimer. Ja, man kann auch einen Bettschubser wie den Ender 3 S1 Pro so schnell bekommen wie den FR in diesem Profil. Dafür ist aber Aufwand und Know-how notwendig. Allerdings betrachte ich die Drucker aus Konsumentensicht, wie sie Out of the Box arbeiten und nicht nach zig Stunden Modifikation und eventuell anderer Firmware wie z.B. Clipper. Und der Freiheit halber müsste man dann auch sagen, könnte man diese Sachen auch auf den SR anwenden und diese Vorteile auch ebenfalls dort erreichen. Seine hohe Geschwindigkeit kann der SR aber nicht bei jedem Modell ausleben. Desto größer die Wege bzw. das Modell, desto besser. Das Standardprofil von Cura ist auch so eingestellt, dass der Drucker für jede Schicht sich mindestens 4 Sekunden Zeit lässt. Ist dies nicht der Fall, wird der Drucker verlangsamt, um diese Zeit einzuhalten. Warum ist das so? Ganz einfach. Die Bauteilkühlung des SR kommt sonst nicht hinterher und die Schichten halten nicht vernünftig aufeinander, was zu fehlerhaften Drucken oder schlechtem Druckergebnis führt. Aber ganz ehrlich, die Geschwindigkeit liefert Out of the Box ein Top-Druckergebnis. Auch Print-in-Place-Modelle funktionieren sehr gut mit dem SR in dem Standardprofil. Jetzt habe ich die ganze Zeit über Geschwindigkeit gelabert, aber wie schnell ist er denn jetzt? Ein 0815 Benji kommt mit dem Standard Cura-Profil mit drei Wänden 10% Infill auf ca. 45 Minuten in einer wirklich guten Qualität aufs Bett. Zum Vergleich braucht ein Bettschubser in der gleichen Preisklasse mindestens doppelt so lange für ein Benji in einer vergleichbaren Qualität. Zum Vergleich braucht ein Bettschubser in der gleichen Preisklasse mindestens doppelt so lange für ein Benji in einer vergleichbaren Qualität. Eines meiner Lieblings-3D-Modelle sind diese Dino-Clips. Das sind die geilsten Tütenklammern ever. Diese wirft er mit vier Wänden und 20% Gyroid Infill, ich finde die Dinger sollten schon stabil sein, in ca. 1 Stunde 10 aufs Bett. Verglichen zu ca. 2 Stunden bis 2 Stunden 30 bei meinem Ender 3S1 in gleicher Qualität. Die Montage des SR ist denkbar einfach und ist in ca. 30 bis 50 Minuten erledigt je nach technischen Kenntnissen. Der Drucker an sich ist super stabil konstruiert, es gibt einem ein wertiges Gefühl. Aber mit welchen Materialien denn jetzt eigentlich? FL-SUN gibt selbst PLA, ABS und PETG als kompatible Materialien an. PETG sehe ich nicht so bei dem Drucker, dafür müsste man diesen zu weit runterdrosseln und dann dürfte es ordentlich Probleme bei der Betthaftung geben. ABS sehe ich auch eher kritisch bei nicht eingehausten Druckern. TPU wird von FL-SUN zwar nicht angegeben, sehe ich bei dem Drucker aber auch nicht wegen des langen Bodenweges. Bleibt also eigentlich nur PLA für den SR. Aber Hand aufs Herz, die meisten 3D-Drucker zu Hause werden sowieso nur PLA sehen in ihrem Druckerleben. Seht ihr das anders? Dann lass es mich mal in den Kommentaren wissen. Drei Aber habe ich hier. Beim Extruder handelt es sich um einen Bond-Tech BMG-Klonen, der zwar mit zwei Zahnrädern das Filament antreibt, aber ich finde nicht wirklich wertig wirkt und noch recht laut ist. Ehrlicherweise muss ich dazu aber auch sagen, in dem Zeitraum, in dem ich dieses Review gemacht habe, hat er problemlos 3-4 Rollen Filament durchgepresst. Einige andere Tester-Nutzer hatten allerdings auch hier auf YouTube oder aus anderen Foren Probleme damit gehabt und ihn ausgetauscht, zum Beispiel gegen einen Original-Bond-Tech. Bedeutet nicht, dass alle da ausgetauscht werden müssen, aber man sollte es im Kopf haben. Fast genauso schnell wie der Drucker ist auch ein kurzer Klick auf Abonnieren und gefällt mir hier bei dem Video. Ein kurzer Kommentar kann auch nicht schaden, würde mich sehr freuen und dieses Video nach vorne bringen. Das zweite, was mich stört, ist die Filamenthalterung. Die wirkt irgendwie falsch und einfach lieblos zusammengedüngelt. Hier rate ich dazu, eine Alternative selber zu drucken, wie zum Beispiel die ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Einfach zwei Kugellager rein und fertig ist die Laube. Was mich wirklich sehr überrascht hat, ist die Größe des Druckers. Klar, es ist eines die Maße zu lesen, aber das Teil zusammengebaut in Aktion zu sehen, sind zwei Paar Schuhe. Ist wie mit dem Fernseher. Im Laden oder im Internet wirkt er nicht so groß. Die Delta-Antriebsweise braucht halt Platz nach oben. Was mich auch ein wenig stört, aber ich denke, das ist eher mein persönliches Problem, ist das Druckbett. Um genau zu sein, stören mich da zwei Sachen daran. Das erste, es ist rund. Um genau zu sein, hat es einen Durchmesser von 26 cm mit einer maximalen Druckhöhe von 33 cm. Für die meisten Sachen, die man zu Hause oder im Do-it-yourself-Bereich macht, ist das vollkommen in Ordnung. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass rechteckige Objekte ab einer gewissen Kantenlänge Probleme machen, da die Ecken des Druckbetts fehlen. Beispiel, ein Quadrat kann nur mit einer maximalen Kantenlänge von 185 mm gedruckt werden. Da hat ein normales Druckbett leicht die Nase vorn. Bei runden Objekten hat allerdings natürlich der SR wieder die Nase vorn. Das zweite Problem, was ich mit dem Druckbett habe, ist die beschichtete Glasplatte. Hallo, wir schreiben das Jahr 2022. Da gehört ein magnetisches PE oder PI drauf. Nun gut, wer wie ich damit ein Problem hat, kann sich ja immer noch ein neues nachkaufen und draufdübeln. Was ich absolut top finde, sind die Anschlüsse. Klar kann der SR mit Micro-USB-Karte betrieben werden, aber er kann den G-Code auch von einem USB-Stick lesen. Bisschen unschön ist die Tatsache, dass man dafür die Firmware tauschen muss. Was ich sehr flexibel finde, auch ist ein USB-B-Anschluss für den PC oder Raspberry vorhanden, wie sie zum Beispiel bei normalen 2D-Druckern verwendet werden. Empfinde ich auch deutlich angenehmer als ein Micro- oder Mini-USB-Anschluss. Dadurch, dass das Bett fest montiert ist, muss man es nicht leveln. Das macht der SR selbst. Dafür muss nur die mitgelieferte Sonde angebracht werden, via Magnetverschluss und kleines Kabel anschließen. Der Vorgang selbst dauert, dann muss aber auch nicht häufig gemacht werden. Das Bett kann sich ja nicht verschieben. Das Z-Offset lässt sich dann, mit der aktuellen Firma vorausgesetzt, in 0,05 mm und 0,125 mm Baby-Steps-Schritten einstellen. Generell muss ich sagen, dass das Touchscreen sich angenehm bedienen lässt. Auch, dass die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt wird, finde ich angenehm. Beim Zubehör ist neben dem 0815 Standard-Gedönse, wie der Kneifzang ein wenig Testfilament, die benötigten Werkzeuge zu erwähnen, dass ein kompletter Satz Verschleißteile mitgeliefert wird. Hotend, Thermistor, Heizpatrone, ein Bodenschlauch samt Clipsen und Schmiermittel für die Linearschienen liegen bei. Bei Austausch muss man also nicht erst auf den Postboden warten, sondern kann das Gerät direkt wieder in Gang setzen und direkt Teile nachbestellen. Auch etwas, was ich bisher bei keinem Hersteller gesehen habe, ist die Wartungsanleitung, wie das Gerät regelmäßig gewartet werden sollte. Zum Beispiel das Schmieren der Schienen alle 15 Tage. So, jetzt habe ich ja schon mal ein bisschen erzählt. Verschaffen wir uns doch einfach mal einen Überblick. Der SR ist bis zu zwei bis drei Mal schneller als vergleichbare Drucker in der Preislage, bringt eine gute Druckqualität, auch bei hohen Geschwindigkeiten, hat einen ordentlich großen Bauraum mit 26 cm Durchmesser und 33 cm Höhe, ist, denke ich, einsteigerfreundlich, hat einen guten Lieferumfang und hat einen großartigen OH-Effekt beim Zuschauen. Die Filamentauswahl ist meiner Meinung nach auf PLA begrenzt und es ist ein großes Gerät, insbesondere in der Höhe. Alles in allem denke ich, dass der SR eine faire Preis, Leistung und seine Daseinsberechtigung hat. Wer den Platz hat, hauptsächlich mit PLA druckt und sich freut, wenn er nicht lange warten muss auf einen Druck in guter Qualität, der wird definitiv Spaß am SR haben. Wer auch andere Materialien oder ein eckiges Druckbett mit etwas mehr Grundfläche braucht oder wem der Drucker schlicht so viel Platz braucht, sollte sich nach einem anderen Drucker umschauen. Ja, so, jetzt habe ich aber auch schon genug erzählt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen so einen Einblick in den SR bringen. Tolles Gerät, nicht jedermanns Tasse Tee, wie man so schön bei den Engländern sagt, aber hat definitiv Spaß gemacht. So, das war's, euer Jan. Oh, hier kommt ja noch was. Ich fand die Anubis Büste so toll, dass ich sie mit einer Schicht Metallic Wachs von Pendart überzogen habe. Hat zwar nichts mit dem FL Sun SR zu tun, wollte ich euch aber zeigen. Das ist eine einfache und schnelle Art, mal eben etwas wie zum Beispiel Kupfer gegossen aussehen zu lassen. Einfach mit den Fingern dünn über das Modell drüber oder mit einem Pinsel oder Schwamm und fertig. So, jetzt ist aber auch wirklich Schluss. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020